Kannst du gern machen. Jo. Ich hab auch den anderen aufgenommen, also von dem her. Ja, mal ganz kurz, ich mach mal ganz kurz mein Kabel ein bisschen entwirren. Also ich hör dich kurz nicht. Jo. Das sagt dir, wenn ich dich wieder höre. Und zwar zieh mich jetzt. So, jetzt hör ich dich wieder. Okay. So, okay. Ja, vielleicht kriegen wir diesmal ne Goldtasche raus. Kann sein, das liegt echt an Overkill. Vielleicht ist das ja bis auf der Fisch. Wir brauchen aber bestimmt mindestens wieder zwei Runden oder so. Aber, aber, jetzt pass mal auf. Wir machen eine Sache auf jeden Fall. Und zwar, wir gehen nicht auf den Hafen. Wir gehen auf jeden Fall durch den Tunnel. Durch den ersten? Ja, weil die Wache draußen jetzt patrouilliert weißt. Ja. Ich bin nur gerade kurz am gucken, wie ich meine Waffe noch verbessern kann. Die Wachendichte, gell, die ist auch... Bis klar. Jetzt wahrscheinlich ein bisschen dichter, so muss ich echt aufpassen. Aber wir finden auch das eine Upgrade und der andere Handgriff. Und dann halte ich meine Waffe auch so weit unten. Bis heute. Ja. Ja. Sweet. Wir haben einen leisen Drill dabei. Okay. Ich habe einen Pager dabei. Äh, ein Ding. ECM. Ja. Ganz normale Segment natürlich. Ich kann das auch gerade ewig. Ja, ich habe schon gerade eben schon den PC neu gestartet. Also hier auf Overkill brauchst du ja Kamalpaste und Bodybag. Das darf nicht. Äh, das ist richtig. Ja, schon. Additional Drop brauchst du den auch unbedingt, ja, oder? Ja, ja. Da bringe ich immer meine Taschen vom Hof hin. Hm, okay. Ist klar. Alright. Also wir hätten sowieso... das Kabel oben gehabt. Let's get rich. Let's get rich. Sweet. Sehr sauber. Ey, ich dachte ich wäre schon an... ich wäre schon in der Leiter gewesen, aber... So viel dazu. So viel dazu. Er prägt dich ja nur bevor wir überhaupt drin sind. Es ist alles geplant. Mit low HP sieht man einen schlechter Walsch. Wenn wir es jetzt schaffen würden, überleg dir mal wie blöd du erst mal den Film hat. Gucken wir mal, wie fällt ich runter und ich dir habe ich erst mal. Das Problem... Das richtige Problem ist eigentlich eher... Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, sonst kann ich nicht mal heiter überall runterjumpen, weil jetzt habe ich nicht so viel AP. Das ist ja richtig scheiße. Dann müssen wir alles in die Kanalisation bringen, gell? Der Schiff im Bus. Ja. Außer das, was ich draußen hole eigentlich. Und dann natürlich noch die Deftischkameras. Achtung ich mach oben auf, kann sein, dass nachher gleich mal die Wache oben links kommt. Achtung ich hochkopp mal durch. Ah, es ist zu. Ah, naja. Wir haben hinten gleich eine Wache. Achtung. Oh, er kriegt den Lack. Aha. Okay, wir bauen. 240 HP. Das geht. Wer? Die Wache. Das ist 110 mehr als normal. Ich weiß. Das macht doppelt so viele HP. Kein Wunder, dass die nie drauf geht auf der Füße. Das ist ja übel. Da oben, da vorne steht genau eine Wache. Ja, ich sehe das Fragezeichen. Okay, die vielleicht aber weg. Ich sehe die Lampe, aber... Die andere, das ist die zweite. 240 HP hat auch ein bisschen zu viel des Guten. Das ist jetzt schon mal Coke. Ich hätte eine Waffe, aber ich kann nicht mich zu dir rüberbringen. Weck dich! Schatz schon, bitte. Kannst du hier liegen? Ja, sie spott mal durch. Da ist noch einer. Ja eben. Hm. Ich glaube unsere Pager gehen für die Patrouille im Wachenhaus. Und ich hoffe mal dieser scheiß Penner droppt diesen... Au, Adi! Oh... Das ist ähm... Das ist sehr frisch, ja. Oh! Ich habe zu früh losgelassen. Das war mein Fehler. Von was? Der vor allen Dingen hat er mich in seinem Rücken gesehen. Ich bin... Ich stand in seinem Rücken drin. Weißt du das? Bei mir stand schon direkt vor seiner Nase. Was bei mir stand? Der andersrum. Bei mir hat er zu dir geguckt. Nee, der hat sich ja nicht zu mir geguckt. Auch weil er gegen den Lichtstrahl zu dir! WTF? Naja, cool weil... Oberkörper ungleich Kopf, ne? Weil die... 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 Die Lampe ist ja am Oberkörper angebracht und nicht an seine... An... An seinem Kopf. Das heißt... Im Prinzip kann seine Lampe egal wohin leuchten, muss ich immer auf ihn gucken. Okay, ich habe mich jetzt auf die Lampe komplett konzentriert. Nee, das darf ich nicht machen. Der hat sich um 300... Der hat sich um 180 Grad den Kopf gedreht. WTF? Oh, das war jetzt knapp. Ich bin fast draufgegangen. Ihr habt sehr frühstisch hier Hardcore. Wie viele Wachen waren da drin? Drei? Ich glaube schon, wir kriegen da den Vault auf. Natürlich. Ich nehme gerade auf, natürlich kriegen wir den Vault auf. Das muss, das muss alles aus dem Video. Wenn wir den komplett ausräumen, dann... Finde ich dafür glücklich. Schon wieder zu. Oh, hier sind jetzt gerade nicht viele Wachen. Das hat geklappt alles ausgeräumt. Great work. Es ist immer noch ein Markt für untereisbarer Schäden. Wir stehen wahrscheinlich jetzt alle oben. Sobald ich hier hochlaufen will, kann ich wahrscheinlich nirgendwo hin. Was? Hier ist ja gar keine Sau. Hier ist ja keine Sau. Oh, das geht. Oh, man schwimmt hier nicht. Das ist mir ein bisschen zu suspicious. Also, so wie es läuft, habe ich dann die Kameras in gut 20 Sekunden raus. Was? Hm, die kommen jetzt gerade alle. Super. Egal, nichts zu tun. Kommt ein CV. Keine Sorge, keine Sorge. Ich kill ihn. Hey, hey! Hey, hey! Watch for your shooting! Okay, Kameras sind raus. Ein kleines Weaponsmufficiency hier? Ehh, über? Über? Sir? Okay. 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 Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm. Ich hoffe, der eine Typ kommt jetzt nicht. Ich brauche eine zweite Schalkenämpferber. Ist das bei dir auch? Ja, ist das bei mir. Das ist gut. Nee. Ja, ich habe eine Tasche gehabt und musste sie fallen lassen. Er hat jetzt gesehen. Weißt du, was ich gekriegt habe? Hm. Ich habe den Key Cut von dem Typ gekriegt. Naja. Ja, das war halt ein bisschen bitter. Dann selbstfühle ich die Tasche nicht gehabt. Ich wäre nicht rausgekommen. Ich wollte die Tür knacken, weil das mein einziger Weg raus war. Dann habe ich gemerkt, der steht ein bisschen zu nah und konnte ich nicht hinter ihm durch. Dann habe ich gedacht, Broby ist ohne Tasche, aber dann kam schon einer hauptlich praktisch Sandwitch. Okay. Dort geben ist der Wurscht egal. Ja, Training. Also ich muss da mega aufpassen. Sag nur, ist Training für uns. Ist klar. Sag dir, wenn wir das Ding komplett auf Deathwitch ausgeräumt bringen, dann finde ich es dafür geil zu zweit. Ich glaube, das ist dann schon eine Leistung. An der Stelle lag sie mir, ich weiß auch nicht warum. Nebel. Ne, ich kriege immer so ganz kurz einen Gamefreeze und dann gehts wieder. Schau rund. Search the Mokul Water Containers. Schau wie viel wertvolles du kannst. Ne, vorhin bei dem Overkill war es bei mir auch ganz komisch. Ich habe dich teilweise gar nicht mehr gehört. Als hätte ich so Internet Gamefreeze. Deswegen habe ich auch nochmal neu gestartet mit dem PC. Weil jetzt gehts. Komischerweise. Ich hoffe einfach nur, dass diesmal wieder so wenig wachen lassen, dann komme ich gleich mal richtig schön durch. Und das ist wieder zu. Jetzt einmal offen. Auf sehr früh. Einmal. Dann habe ich es auch geschafft, aber... Hast du Deathwitch schon mal komplett geschafft? Ja, ich bin schon mal durch Deathwitch. Oh, das kann sie und ich kann nicht machen. Mit allem? Ne, nicht mit allem. Sag mal, wo sind wir denn? Da ist ein Griff. Okay, ich mache es anders. Ich gehe übers Dach. Also Kameras werden noch eine Weile lang anbleiben, gell? Er campt halt einer genau die Treppe. Ist echt bitter. Ja, nicht nur, dass ich weiß, dass ich vom Killen her... Da habe ich nicht ganz so einfach Leute killen kann. Ne, das darfst du ja so nicht. Ich schiebe mir da keine Panik, ne? Ja, ja. Nö, keine Panik. Ah ne, ich mache es schon. Achtung. Pagepack. Oh, da ist doch die Kameras... Ah, okay. Beim Brot. Ich muss warten bis ich die Kameras austauschen. Vorher kann ich den Großraum nicht austauschen. Nö, ist okay. Erstmal... Der Raum hier, wo der war komplett umsonst. Gut zu wissen. Kein... Ding. Ah, ja. Hier habe ich die Moneybag. 10 R. Hard to race. Perfekt. Wenn du warten musst, gell? Du denkst daran, dass du immer einen leichten Delay hast. Oh fuck, ich habe komplett vergessen, dass noch eine Wache läuft. Vielleicht kommen wir jetzt nicht mehr so gut in die Tasche ran. Das wäre scheiße. Wann hast du dich? Ja, wo ich sie sonst auch immer hinwerfe. Vorm Balkon. Ja, wir müssen es halt probieren. Ja, jetzt schon. Ich kann mal gucken, wo die Wache überall immer lang läuft. Ich kann jetzt hier sowieso gerade nichts drin machen. Ja, die Wache dahinten, die wird nur die Treppen hochlaufen und das war's. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Na gut, ich werde jetzt... Ich werde dann noch ein paar Taschen dazu werfen jetzt, weil das ist sowieso schon egal. Weil ich habe hier noch Coke. Wieviel gekillt haben wir jetzt schon? Gar keinen. Oh, Andi, Andi, Andi. Ah ne, scheiße. Ich geh. Ich habe ja schausten, du musst hinsprinten, du musst hinsprinten. Schaffst du's? Ja, okay, gut. Zum Glück bin ich schon zugelaufen. Genau, genau den. Ich habe es schon befürchtet. Ich habe es schon befürchtet. Zum Glück bin ich schon zugelaufen, du. Ich habe es schon gebraucht. Ja, ich habe es schon gebraucht. Ich hab mir gedacht, ich probier's mal an dem Typ vorbeizuschmuggeln, das ganze Zeug, dann seh ich nur rot. Und ich war grad draußen, ich bin grad aus dem scheiß Loch raus. Kameras sind aus. Äh, ah ja. Hast du noch irgendwas, was hier oben rauskommt? Ja, theoretisch noch ein Server. Aber die Frage ist, wie ich hier rauskomme. Boah, passiert doch nichts. Die Tür ist schon offen, das heißt, ich kann schon mal jedenfalls drehen, aber... Anything could be on that server. Maybe the president's e-mail address. Bewege schon mal das Zeug. Kommt jetzt von wie denn ein Civi hoch? Dann willst du mich da verkackern, ne? Und ein Typ, und ein Typ. Das ist gar nicht so close. Also, das Server ist raus. Die Folge ist, was ich hier... Der Heli kommt. Guck, der ist die Server vielleicht noch rausgeworfen. Nee, ich hab ihn schon draußen. Die Frage ist, kommt der Typ zu mir? Wenn er zu mir kommt, muss ich hier schießen. Ja, wir müssen hier erschießen, es tut mir leid. Weil da oben nachher in die Keycard liegt, sind wir so gefickt. Ja, da wo es jetzt ist, ist es Balkon. Da kommt im Notfall auch vom Dach drauf. Also, so ist es nicht. Aber den Typ muss ich bergen und die runterwerfen. Und der hat keine Keycard. Also, noch ein Pager. Gell? Einer. Die Frage ist, wo ist der Civi hin? Dann werde ich jetzt gleich mal zusammenschreien. Ähm, ich glaube, er bringt nen Container. Ja, ich hab's gehört. Okay, ist Civi, keine Sorge. War er jetzt fertig gekickt? Er hat ne Keycard. Wo ist das? Vom Secure Tubing. Wie komm ich da ein Blitzchen hoch? Übers Dach? Übers Dach, oder? Oh Gott, nicht glitschen, nicht glitschen. Scheiß Tipp. Übers Dach, oder? Übers Dach, oder über die innere Treppe? Innere Treppe probier ich nicht. Ja, da steht ein Typ. Haben gespottet. Oh, hier ist noch. Fuck, ich brauch den Crowbar. Okay, doch, ich hab eine. Gut. Dann haben wir gleich noch ein Gemälde. Also, der Typ bleibt wahrscheinlich dort stehen. Das heißt, unsere einzige... Oh, da kommt jemand. Das kann sein, das war nicht der Einzige, den er abgelegt hat. Ah, nee, der steht da. So ein Dreister Wichser. Aber ich glaub, ich komm raus. Und dreiß ich schon? Ach, yes! Okay, man kommt grad so raus. Über das Dach, oder? Muss ich über das Dach kommen? Du Musch, ja. Du Musch. Aber das kannst du mitnehmen. Dann bewege ich mich langsam, bis ich hier über das Dach, weil ich will zuerst die Keycarts sichern. Ja, das Problem ist, der Typ da... Ich kam jetzt grad so rein, beziehungsweise raus, ja. Dass er mich nicht gesehen hat. Ich war bei 73% oder sowas. Ich habe einen hier. Da ist er. Kannst du mir ja keine Keycarts mitbringen, denn das ist alles doofe. Ja, du hast es gesagt, ja. Das Problem ist halt bei deinem Delay. Ich weiß nicht, ob es dann klappt. Ich trau mich jetzt selber gerade mal nicht. Schau, Leute. Gut, ich meine, ich hatte was auf dem Rücken, aber es war nur ein Pfeiting. Ich werde ich probieren. Ich lauf erstmal rein, probier's nochmal. Da darf schon nicht hängen bleiben, das ist echt übel. Ja, du hast es, dass wir die Keycarts mal umräumen mal so weit aus und dann gehen wir nachher mal in Keycarts nochmal gucken. Oder? Oder willst du es gleich probieren? ich bin froh dass da nicht drin ist aber ich glaube das eine ding hinten drill ich ja ich drille das jetzt schnell auf dem balkon kannst du auf jeden fall mal gucken dass du kommst wenn es gerade oben auf dem dach gut ist dann komm auf jeden fall auf den balkon ich hoffe der hört den drill nicht also da hatten wir schon engere situationen wo gerade sagen der hat schon dritte hinter sich jetzt muss er ja stehen bleiben auf dem balkon oder oben du musst auf den balkon du musst auf den balkon es geht in die eine tür also hören wir schon mal zu du musst also der guard steht da da guckt da auch hin ich glaube das sieht dich wenn du reinläufst du musst praktisch rechts komplett in die tür rum weil da ist gleich so eine palette so eine blaue du kannst nicht über die palette drüber kriechen dass sich so zwei fünf zentimeter hoch aber du kannst dich drüberkriechen muss auf jeden fall rumlaufen ok ok weißt du wie saumäßig knapp das irgendwie ja ich sag's dir ich sag's dir ja immer noch ein fragezeichen von mir okay ich meine wir haben noch einen pager aber das muss jetzt eigentlich nicht sein für den tut weil die sind hier oben gar nicht fertig ähm ich glaube ähm ich muss ähm irgendwo weiter hinten glaube ich ach nix ok aber wo war das eigentlich gar nicht schlecht äh ich glaube hier 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 neben anderen ist nix drin komm mal her hier gleich in der ecke das problem ist wir müssen jetzt auf dem selben weg wieder zurück ok ja wie sieht es da unten aus? was? treppe? ne kommst du nicht da steht einer genau an der zwischenstufe da sieht dich da sieht dich du darfst nicht riskieren der steht an der treppenstufe ja eben der bleibt da auch wahrscheinlich so bei dem hier können wir jetzt mehr oder weniger so einen kleinen boost start holen ja wenn du praktisch hier so schon auf das ding hier springst oh mein scheiß windows ding ich muss kurz was machen so ok äh ich geh zuerst oder haaa nicht 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 vorne stehen bleiben niemals ok also ich geh zuerst durch ok wenn ich draußen bin wartscht bis das freizeichen weg ist dann kannst du ok ja ich muss erstmal wieder mit per boost auf das ding da drauf also geh du mal raus ok ja 70% das kriegst du auch mit schlechtere concealment hin ich muss erstmal auf das ding hier drauf mhm bist du drauf? mhm naja ich bin wieder runter gerutscht jetzt sorsch ok wenn du so alt bist sweet da was mit reinkommt viel knapp war nie sprinten gell nie sprinten weil oben kann sein dann steht einer auf dem dach vorhin war keiner da ja ist scheißegal das kannst du nicht riskieren ich glaub wir haben sonst alles ja ahhh abgerutscht ok bin ich gestorben ahhh scheiße aua das sah schmerzhaft aus haha yes ok ähm jetzt haben wir das jetzt müssen wir den ding raum klären den ja ähm wenn ich jetzt schon hier bin geh ich wahrscheinlich gleich außen rum ok ok und äh mach außen ok ich probier es im balldraum aber ich mach es extrem langsam nur dass du es gleich malch ja lass dir wirklich Zeit also ja wenn du meinst das kriegst du auch nicht hin ohne support oder sonst was dann sagst du es oder wartsch halt einfach komplett oh das ist die falsche Tür war die falsche Leiterung für die klettern ok ok hier ist nichts drin das finde ich sogar gut nein draußen ist keine Wache kann das sein draußen kann nur Geld sein oder wie ja ich hab noch nie was anderes gesehen das sind immer Geldtaschen irgendwie wo ist der additional loop drop point 50 Meter in die Richtung hä wo ist denn das das ist du willst mich verkackern du willst mich verarschen ich bin ein bisschen für den satan-babylonischen sterben weißt du was mich viel mehr verarschen will ich kann sein dass ich gleich einen killen muss aber aha ich muss mir ganz kurz konzentrieren das Problem ist ich darf jetzt wahrscheinlich das komplette Zeug über die ganze Map schleppen Da ist ein Geheimdienst hier. zwei sachen weil du darfst niemals zwei sachen haben wenn du nicht wenn du sie nicht sichern kannst weil die tasche kann gesehen werden die taschen sind bis jetzt safe das hoffe ich weil sonst ein problem ich habe einen punkt gefunden wo es kein mensch sieht naja gut das ist ein bisschen beachtig deswegen guck ich da drauf ich konnte nur gerade eben nicht aus der facken tür aus die melde haben wir schmeckt ja müssten wir haben wenn ich mein artefakt darunter krieg haben wir dann alles also hier unten kurv ist jetzt nur noch einer rum ja das ist ja auch geil wenn es so bleiben würde besser gesagt bis jetzt sehe ich gar keinen mehr der eine ist aus der tür raus verschont und nicht mehr gekommen ja das ist der eine ja aber kill ihn noch nicht es kann sein dass bei mir immer noch was schief geht oder sowas weißt ja ich kill ihn auch noch nicht guck da ich irgendwie muss ich gespottet halt damit ich genau sehe wo er langläuft ja hauptsache du merkst nicht während du versuchst ihn zu spotten und stehe ich dann nachher draußen und denkst ja hallo der steht vor ort fick dich der kämpft aber nicht den wort ist mein einziger ausgang ich muss warten ja dann warte das ist voll in ordnung die kämpfen nie den wort die bleiben dann nur eine weile stehen das war's mein problem ist der ziel wieder jetzt auch noch darum steht ich werde gleich die zeige genommen von den nachschwächern wenn du in der einen ecke stehst wo ich denk dann kommt dann nie eine sau hin die laufen dann nah dran aber guck dir kommt nie eine sau dahinter da wo das bild normal ist es gibt kein normal bild bilder sind absolut random bald dagegen wenn du auf der anderen seite von bald nein da auf der seite wo der bald auch risch ja ich meine auf der anderen band seite vom ort also am raum praktisch durch den zivier schießen nein nein keine riskanten sachen ich kann ihn jetzt erschießen ist kein mensch mehr da hast du ein bodybag ja woran sehe ich das drück mal tab und guck mal rechts ja ein back habe ich ein back habe ich okay ja gut guck erst ob wirklich alles weg ist und dann schießen und dann back ihn sofort und dann guck dass du doch sofort sein ding wegkriegst ich habe ihn saugeil platziert da sieht ihn keiner ich bin mir sicher ich habe jetzt draußen alles ein container ist noch mal mann da wird beschissen der container oder wird zur scheiße den der der typ abgesetzt hat ne ne oh gott wie viele wachen sind denn hier um gottes willen und jetzt die wache meine richtung kommen problem aber ich kann hinten dran laufen gott sei fucking danke ihr könnt ihr scheiß wachen euch mal verziehen ich habe euch nicht bestellt okay den container habe ich schon und jetzt gehen natürlich alle zwischen dem was artefakt fick dich ich muss jetzt durch die halbe scheiß garage tragen schieb mal bitte keine panik wenn ich hier draußen ich habe hier fünf wachen um mich rum und ich habe vielleicht zehn quadratmeter zum laufen und ich muss immer noch an so eine scheiß kistel ran es war so harscharf ich weiß nicht woher kam aber die jetzt mit fast versaut wir haben noch den einen geh wenn ich hier als einer schossen hätte ich niemals page auf zehn sekunden und drei sekunden berg 13 sekunden bis dahin wäre hundertprozentig darauf könnte ich mein zeug drauf verkaufen jetzt irgendjemand hätte es hundertprozentig gesehen es kann sein dass es der typisch der patrouilliert der da oben im fernstern sitzt ja ich bin schon gerade in deckung aber ich glaube ich habe es dann sogar alles aus dem raum es fehlt nur noch eine scheiß containerkische da und der in der mitte aber der in der mitte ist glaube ich nicht das problem sondern der da oben an den ich jetzt gerade gar nicht rankomme noch eine goldtasche echt wollt ihr mich verarschen das war jetzt sehr sehr gefährlich natürlich ist hier nichts drin das war der härteste außengang den ich bis jetzt hatte ok 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 ich muss mich jetzt erstmal weg sammeln jetzt soll ich den container draußen dann müssen wir die unteren dinger machen also die gitter wie siehst du mit dem raum aus wo du drin bist jetzt leer checken noch alle ecken und nicht einfach so noch irgendwas rumliegt gell ich bin gerade dabei müssen wir extrem aufpassen ok ich steppe jetzt gleich was wir bekommen hoch ist natürlich wieder ein artefakt guck mal was habe ich denn sonst erwartet ich hasse das ist mir so unangenehm also es hat noch nie probleme gemacht aber es gibt nichts unangenehmeres als mit einem fetten artefakt über den komplett freien hof zu laufen ohne cover das denke ich immer bei dem scheiß vault weißt du wenn ich da Richtung vault laufe ich denke immer da kommt jetzt gleich irgendjemand um die ecke ok hola achso das ist ein bodybag gar keiner morgens das ist ein riesiger Haufen ok den bodybag lege ich mal zur seite das sind aber auch einige taschen ok ja ich fange schon mal ein bisschen was zu bewegen die eine wache die noch patrouilliert die schalten wir jetzt aus die ist gerade nicht bei mir aber wir müssen halt unten drillen wo ist sie ist das die nein das war der Typ oben oben ok ja das ist der oben ist wahrscheinlich dieser eine Typ ne das war der der wo der an der scheiß Kante steht ah ach oh scheiße ach der da kannst du bei den Gittern stehen oder sieht der dich schon ne ich kann bei den Gittern stehen ne ich kann bei den Gittern stehen aber da ist nichts drin da kommt jemand an ich habe keinen bodybag ich auch nicht und der hat mich gesehen und es ist nichts passiert ne dann hat er bei mir war es kein Ausrufezeichen ach bei mir war es schon ein Ausrufezeichen echt ja äh holst du ein bodybag ja ich hole jetzt bodybags ich habe es nicht auch gar gemerkt dass ich wenn du die letzten zwei holst ich fertig das sind die letzten zwei das passt ich nehme beide hast du den bodybag skill eigentlich noch nicht abgegradet ja weil der gibt dir nämlich dann grundsätzlich zwei und dann kannst du halt auch immer zwei mitnehmen das heißt wir haben halt insgesamt dann halt vielleicht mache ich das noch anstatt die ganzen sentries was ich dann noch zum Schluss vielleicht habe vielleicht hole ich mir dann doch den bodybag skill noch ja also Stealth ist ja jetzt eigentlich wieder ganz in Ordnung ja sobald Stealth halt wieder geil ist dann bringst du die sentries halt nicht mehr ich bring gerade mal das Geld hier weg wenn das hier schon so gut liegt ich habe das ja sogar hier raus geworfen aber ich glaube in den einen Dingkisten ist nix da ist leer ähm achso meins ist gar nichts du kannst gerne nochmal die beiden Gitter angucken also im einen ist nix drin und das zweite würde ich jetzt auch mal behaupten ist nix drin ok dann fang schon mal an das Loot zu bewegen ja ich schaue es mir an und dann entscheide ich ob wir mal rein drillen oder nicht dann müssen wir gegebenenfalls die eine Wache entfernen und dann jetzt Zeit für unseren Payday und dann hast du so ein richtig schönes Foto oder Video oder je nachdem wie du es denn gewünscht eine Reihe von Fotos ey ich könnte einschlafen bei der Aktion ja vor allen Dingen das Ding kriegst ja nicht bewegt echt es ist sehr interessant dass noch ein Zivio unterwegs ist ah da läuft er grad aha das riskiere ich jetzt nicht oh ja das ist ein mega Gamefreeze oh ok von dem linken wäre jetzt auch nix ich würde jetzt behaupten das ist jetzt auch nix eben ok ähm gar nix aus diesen Dingern oben war ja in dem einen nix drin und hier unten ist auch nix ja ja gut und hier hast du Coke im Schrank vergessen in diesem Umkleideräumen ist manchmal Coke in den Dingern aufgestapelt in dem Umkleideraum war ich noch gar nicht ja ich dachte weil die ganze Zeit hier unten rum kurvsch ja ne ich renne meistens nicht am Umkleideraum nicht durch den Umkleideraum weißt du was ich ähm ich scout jetzt noch mal ein bisschen durch ja kannst doch mal gerne machen ja ja ich seh nämlich schon was du vergessen hast was hab ich? ne Geldtasche da wo du sicher stehst wo? siehst du wo ich jetzt stehe? ja ne sag mir mal den Raum ja im großen Raum ah ok da gibt es zwischen den Kischen da sind so Kischen gestapelt und da steht eine Kische schräg und da ist so ein kleines so ein kleiner Freiraum und da steht meistens Geld drin ah ok eben also da unten guck ich gar nicht auf die meine wusste ich halt dass es da auch solche Geldtaschen gibt oh man ich hoffe nur wir haben wir nachher wirklich alles rausgenommen weil sonst was echt bitter wenn wir eine Sache vergessen du kannst ja noch mal durchlaufen ja ich hab halt auch mal die Befürchtung wegen oben weißt du das ist mein Problem und dass ich draußen vielleicht irgendwas vergessen hab oder so müssen wir alles haben oder von jedem nur eins? von allem alles also alles was da ist und von jedem mindestens eins ja aber ich weiß halt nicht ob draußen noch mal durchgehen willst nein eigentlich will ich draußen nicht noch mal durchgehen na das ist das Problem aber oben oben sollte ich noch mal kurz du gehst halt noch mal übers Dach hoch ja eben wenn wir die wenn wir das Geld haben raus äh wenn wir das Samurai Ding gemacht haben ok dann muss ich den Vault bewachen nein du musst nicht den Vault bewachen du gehst wir bewegen das Zeug raus und wenn es draußen ist warte ich schon beim Escape ok wenn es einen Alarm gibt bleibst du beim Escape Hauptsache einer kommt raus nur einer nur einer ja dann teilst mich halt als Tod ey also es ist wüsste ich werde mir jetzt neu wenn es anders wär wieso will ich dann drauf gehen oder wie? nö das zählt halt das zählt halt als ob ich es nicht zum Escape geschafft hätte aber das heißt ja nicht dass das kriegen wir halt kein Geld und keine Punkte dafür du halt oder beide? ja also halt wir wir beide es gibt ja diesen Crew Alive Bonus weißt du? ah ok das ist das ja also ich bin jetzt hier draußen rum äh hier im Großraub nun mal durch bis auf das eine Ding hast du eigentlich nichts vergessen bringst du's? ich check grad noch ein bisschen ja ganz ja ich bring's hier liegen ja noch zwei Taschen was liegt da noch? Coke und das ist das was du vorhin noch runter geworfen hast ah genau stimmt ich hab hier noch aus dem Schrank bring's grad raus es war das die eine Geldtasche und das Coke das ich nicht gesehen hab in dem Einschrank ich will jetzt echt gern wissen wo die andere Wache ist das weil die stört mich jetzt ein bisschen die ist grad hoch ja sie ist hoch aber die Frage ist wann kommt sie wieder runter? ich kann ja auch beim Brawl bleiben nee also darum geht's mir jetzt nicht sondern oh Artefakt ich bring die Goldtasche schon mal weg ich bring das Artefakt eigentlich auch grad durch oder ne ich wirf ja schon mal alles hier oben hin wir haben halt jetzt bald schon ne halbe Stunde gell ja aber das gibt jetzt richtig deftig das Schiff Deathwish Deathwish alles raus kein Alarm also Stealth Bonus gibt's dann auch noch oben drauf gibt's dann auch noch oben drauf gut ich mein ich krieg ein bisschen weniger EXP weil ich's schon so aufteinander gemacht hab ja ich auch ich krieg 5% weniger oder so ich krieg 17 ja aber das geht immer noch ja ja aber bei dir wird's ja durch ein Stealth Bonus negiert Stealth ist 10 also sollte sein es sei denn du hast zwischendurch noch irgendwas gefällt oder abgeschlossen nö ja also dann ist egal ja ja ich hätte das Artefakt mitnehmen können hm wie ist auch mit das von ah das ist wahrscheinlich das was am Nation liegt das Artefakt genau das was da ganz nah an der Kante liegt das ist das Artefakt noch eins das sind zwei Artefakte das müssten 3 sein oder 3 ja ja ich hab 2 hab ich rausgezogen wie viel hast du? ja ein 1 vom mittleren Kanteiner ja hier ist das andere oh man 3 Artefakte ist einfach so hardcore hast du den Server ein bisschen drin gell? ähm wenn du ja theoretisch das war ja draußen ja dann hab ich draußen alles geholt da hinten liegen bloß noch leichten oder ja so wie's aussieht ich kann praktisch gar nicht springen wie sieht das bei dir aus? du läufst bei mir stehend alles klar will ich springen kack Penner du Penner da drüben guck Pay kannst ja mal bei mir gucken ja bei mir läufst du immer noch so als würdest du gar nicht also ja ja und ich spring die ganze Zeit ja ich hoffe krieg den Eindruck dass man schneller ist weil man so nach oben bouncet I will take with impunity okay ich hab ich hab das Achievung grad gekriegt also scheinbar brauchst du doch nur eins von jedem von jedem von jedem das heißt wir haben's schon das ist egal ob wir jetzt was vergessen haben also ab jetzt ja natürlich natürlich wir nehmen alles mit wir machen's nicht anders aber ab jetzt kann ich sagen scheißegal das passiert ich hab auf jeden Fall was ich will ich glaub so viele Leute haben das noch nicht weil das ist von jedem eins auf Deathwish mhm ich glaub nicht wirklich dass es jeder hat mhm aber die Samurai-rüstung gehört da gar nicht dazu ne ne die gehört da nicht dazu ne ne die gehört da nicht dazu warum nüch weil's nicht dazu zählt die hat ihre eigenen 2 entschieden haben wir da schon beide gell ja ja müssten aber wir haben noch nie den Vault cleart ähm auf Deathwish glaub ich ne den Vault hatten wir noch nie auf Deathwish haben wir das überhaupt schon mal auf Deathwish fertig gemacht? ja ja den ersten den wir gemacht haben das war der auf Deathwish so da haben wir die 12 Taschen genommen und dann bist du doch gestorben so das war das basic ne du bist gestorben ich wollte dich reviven dann bist du gezählt und dann war's schon komplett weg und dann hab ich gedacht super allein krieg ich den Vault nicht auf nicht so wie die Karten liegen und dann naja gut ja wir haben's schon mal auf Deathwish geschafft so ich hab die deutsche Tasche Artefakt oder? ne Gold ey guck dir mal den scheiß Transporter an der ist voll sind aber dann wieder nur 8.. äh 22 ja ich denk mal viel mehr werden's gar nicht also irgendwie also jemand hat mal gemeint 26 hat da den Vault gekriegt dann hat der irgendwas falsch gemacht oder halt irgendwie Glück gehabt weißt du von den Containern ja wir haben jetzt zum Beispiel in diesen Dinger drin da in diesen Gittern haben wir gar nix ja Artefakt Artefakt wollen wir's gleich probieren was? runterspringe und wipe schade so alles drehen und dann wipen ne ok jetzt gucken wir mal ob wir den Tipp noch finden Zivi müsste auch noch rumkurven den müssen wir auch ausschalten am besten aber fesseln don't make a sound ist egal ich geh mal achso ne warte wir machen jetzt den Vault äh oder ja ich glaub da kommt das nächste Mal mal auf einem schnellen Vault 3 1 2 3 3 3 3 2 2 4 5 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 Du gehst schon mal runter. Kannst grad weiter gehen. Ah, ich weiß. Du gehst schon mal die Erste mit hoch. Mhm, ich werf dann der Stimme. Okay. Du gehst schon mal die Erste mit hoch. Okay. 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 Ich hab ja noch einen Pager übrig. Ah. Die Wache draußen am Pager. Und dann haben wir einen Security Crew und einen so. Ja. Also im Prinzip nur eine patrouillierende Ding. Wieso sagt ihr, wir haben alle vier Dinger, aber ich hab das einen noch gar nicht reingebracht. Okay. Ich check jetzt noch innen oben. Äh, da oben. Ja. Okay. Ich warte hier. Ich will nur den Raum hinten ein bisschen checken. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da alles hab. Ich kann ja einen ECM noch legen. Ich muss nur legen, wenn ein Ausrufezeichen ziehst. Ja eben, dann gucken wir, dass du rauskommst. Ja, ja. Echt, die Sekunden komm ich da schon gleichzeitig zurück. Du musst ja keine Taschen bewegen. So, da steht der Wichser. So, jetzt schauen wir noch mal, ob ich hier was hab. Ja, der andere steht, guck mal. Da steht der andere. Siehst du sie? Ist genau nebeneinander jetzt. Naja gut. Okay, ich komm. Nix mehr. Ne. Nix mehr. Guckst du noch mal unten in die zwei Dinger? Sollen wir sie aufdrücken? Noch schnell. Ne, ne. Also ich hab reingeguckt, da ist nichts mehr drin. Das ist gar nix. Also ist ein, ist ein Win. Komplett alles. Auf Deathwish. Und wir haben eine Geisel noch. Ja, und wir haben's auf Video. Und sweet. Das ist das geile Geld. Boah, hier kommen vier Millionen. 4,4 Millionen. 4,4 Millionen. Und das war eigentlich ziemlich easy. Und eine Mio so. Das gibt geil EXP. Für eine One-Day-Contract auf jeden Fall. 176. Und damit ziehst du halt 35k ab. Und Level ab. Wuuu. It's happening. Genau. So. 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 So.